Tag zusammen! Ich habe für euch eine kleine Mini-Dashcam mal angeschaut, die Fiofo VS1. Vielleicht spielt der ein oder andere von euch ja dann mit sich eine Dashcam zuzulegen, hatte aber noch nie eine und hat ein bisschen Berührungsängste, das Ding überhaupt ins Auto reinzukriegen. Die VS1 ist eher ein Einstiegsmodell, relativ preisgünstig und sehr klein. Zur Kamera selber wird oft ein Haufen Zubehör angeboten, zum Beispiel ein Hardwire-Kit, womit man die Kamera an die Batterie anschließen kann, so dass man den Parkmodus nutzen kann oder auch ein kleiner Knopf, der per Bluetooth verbunden wird und den man an eine günstigere Stelle platzieren kann, um Aufnahmen per Knopfdruck zu sichern. Um die Kamera betreiben zu können, braucht man mindestens eine Speicherkarte. Bei diesem Modell hier ist jetzt eine kleine 32 GB Karte dabei, die ist voll ausreichend, wenn man sie hin und wieder ausleert. Ich selbst habe in meiner Kamera aber eine deutlich größere, weil ich einfach zu faul bin, alle paar Tage die Videos zu sichern. Dashcams speichern ja die ganze Zeit die Videos auf die Speicherkarte und sobald die Karte voll ist, werden die ältesten Videos überschrieben. Will man ein Video sichern, muss man auf den Knopf drücken oder einen entsprechenden Sprachbefehl geben und dann wird dieses Video in einen geschützten Unterordner kopiert, so dass es nicht mehr überschrieben wird. Und irgendwann ist die Karte dann einfach voll. Nachdem ich die Kiste dann endlich aufbekommen habe, habt ihr auch das Hardwire-Kit schon gesehen und den Bluetooth Knopf, den man irgendwo sinnvoll platzieren kann, damit man nicht zur Dashcam hochlangen muss, um ein Video zu sichern, wenn das Ding keine Sprachsteuerung hat. So, nun aber zurück zum Wesentlichen. Das, was ich da gerade aus der Kiste rauspule, ist tatsächlich die Dashcam. Deutlich handlicher und kleiner als meine A139, die ich momentan verwende. Dafür filmt sie aber nur nach vorne und hat keine Innen- und keine Heckkamera. Die kleine Kamera ist gerade mal 7,7 Zentimeter lang, 3,33 Zentimeter breit und 3,12 Zentimeter tief. Neben einem kleinen Stapel Papier findet ihr in der Box unter anderem die bereits erwähnte Speicherkarte, in dem Fall 32 GB. Wenn ihr euch eine größere Karte kaufen wollt, dann achtet unbedingt darauf, dass sie die richtige Klasse hat. Auf der Karte muss stehen U3, A2 oder V30. Wenn ihr die Videos aber hin und wieder abholt, die ihr speichert, dann reicht diese Karte allemal aus. Dazu gibt es noch das Kabel für den Zigarettenanzünder bzw. 12 Volt Anzünder, ein Ersatzklebepad, ein weiteres USB-Kabel und dieses Werkzeug, um den Himmel vom Auto ein bisschen abzuheben, damit ihr das Kabel verstauen könnt. Dazu gibt es dann noch diese antistatische Folie, die macht man auf die saubere Frontscheibe und darauf klebt man die Dashcam, dann kann man sie leichter wieder ablösen. Auf den Zetteln, die vorher aus der Box gefallen sind, steht noch drauf, wie man die Kamera installiert und wo man die App herbekommt. Sobald die Karte drin ist, funktioniert die Kamera auch, wenn man sie mit Strom versorgt. Die Kamera hat genau zwei Knöpfe. An der Seite befindet sich der Knopf, um das Mikrofon an- und wieder auszuschalten. Der andere Knopf ist zum Video schützen. Um mit der App die Kamera einstellen zu können, muss man das WLAN der Kamera aktivieren. Dazu drückt man den Aufnahmeknopf einfach so lange, bis die Kamera piepst. Und wenn man das WLAN nicht mehr braucht, schaltet man es genauso wieder aus. Schauen wir uns mal die App an. Die kann man entweder per QR-Code runterladen oder einfach im App Store nach Fiofo App suchen. Stellt sicher, dass das WLAN der Kamera an ist und dann werdet ihr durchgeleitet. Die App erklärt euch, wie man das WLAN an irgendeiner ihrer Kameras einschaltet und wie man dann in die Systemeinstellungen kommt, um sich mit dem WLAN der Kamera zu verbinden. Eventuell müsst ihr die verfügbaren Netze neu laden und dann taucht dort die Fiofo auf. Das Passwort ist 12345678. Wartet darauf, dass sich euer Smartphone sauber mit dem Netz verbunden hat, sonst hat die App gleich Probleme. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann verbindet sich die App jetzt mit eurer Kamera und ihr könnt dann rechts unten über das Zahnrad in die Einstellungen wechseln. Ganz oben könnt ihr die Videoauflösung einstellen. Ich würde hier immer das Beste wählen, was die Kamera bietet. Daueraufnahme bestimmt, wie lang ein Videoschnipsel ist. Im Prinzip kann man hier einstellen, was man möchte und womit man am besten zurechtkommt. Ich habe bei meiner Hauptkamera hier drei Minuten eingestellt. Audioaufnehmen ist selbsterklärend und der Exposure Value hat was mit der Lichtmenge zu tun. Damit könnte man das Bild heller oder dunkler machen, wenn es einem nicht gefällt, wie es aus der Kamera kommt. Würde ich aber erstmal so stehen lassen, wie es ist. HDR steht für High Dynamic Range und ist eine Funktion zur Bildverbesserung. Letztendlich berechnet die Kamera aus verschieden belichteten Bildern die bestmögliche Aufnahme, sodass man in hellen Bereichen und in dunklen Bereichen immer noch Texte erkennen kann. Das brauchen wir, um die Nummernschilder lesen zu können. Allerdings ist die Funktion nur im Dunkeln besonders wichtig, im Hellen macht sie die Bilder ein bisschen verschwommen. Da es aber beim An- und Ausschalten von HDR zu kurzen Unterbrechungen in der Aufnahme kommen kann, habe ich mich entschieden, HDR auf On zu stellen. Mit dem Timer direkt darunter kann man für die Einstellung HDR Auto setzen, wann HDR jetzt automatisch aktiv sein soll und wann nicht, also in der Nacht an und am Tag aus. Probiert aus, was für euch am besten passt. Der G-Sensor nimmt Erschütterungen wahr und speichert im Falle eines Unfalls euer Video automatisch ab. Stellt hier auf jeden Fall niedrige Empfindlichkeit ein, denn ansonsten kann es sein, dass bei jeder Bodenwelle ein Video gespeichert wird und eure Speicherkarte schneller voll ist, als euch lieb ist. Mit Datumstempel stellt ihr ein, ob im Video Datum und Uhrzeit aufgedruckt werden soll oder nicht. Bei der Bitrate stellt ihr am besten das Höchste ein, was geht, weil wir wollen ja schließlich bestmögliche Aufnahmen haben. Zeitrafferaufnahme tut genau das, wonach es sich anhört und das lassen wir in der Regel aus. Ihr könnt das WLAN hier auch noch auf 5 GHz umstellen. Die Kamera erstellt danach ein neues WLAN und ihr müsst euch auch neu damit verbinden. Die Zeitzone müsst ihr noch richtig einstellen und die Zeitsynchronisation könnt ihr einmal machen, sollte später aber über das GPS-Modul automatisch gehen. Mit Datumsformat könnt ihr selbiges festlegen und die Startverzögerung gibt an, wie lange es braucht, bis die Kamera angeht. Die Einstellungen zum Parkmodus braucht ihr nur dann beachten, wenn ihr die Kamera mit einem Hardwire-Kit ans Auto anschließt oder eine Powerbank benutzt, weil nur dann hätte die Kamera Strom, um auch beim Parken Aufnahmen zu machen. Im Folgenden könnt ihr dann einstellen, ob die Kamera mit euch reden soll oder ob ihr mit der Kamera reden wollt. Hier könnt ihr dann noch das GPS an- und ausschalten, den GPS-Info-Stempel aktivieren und wichtig, stellt die Geschwindigkeit auf kmh um. Die Frequenz sollte man in Deutschland auf 50 Hz einstellen, da unser Stromnetz auch 50 Hz hat und so künstliche Lichtquellen nicht so sehr flackern. Bei benutzerdefinierten Textstempel und Kfz-Kennzeichen könnt ihr eintragen, was ihr wollt. Das wird dann unten auch in den Infobalken eingedruckt. Ihr könnt die Sprache noch auf Deutsch umstellen, dann redet die Kamera auch Deutsch mit euch. Denkt daran, noch ein Firmware-Update zu machen, wenn ihr schon mal in der App seid und dann habt ihr es auch schon geschafft. Und wie kriegt man diese Kamera jetzt ohne Kabelwust ins Auto? Das ist wirklich gar nicht so schwer und dauert auch nur wenige Minuten. Scheibe putzen, Folie dran, Kamera dran kleben und schon hängt sie an der richtigen Stelle. Theoretisch könnt ihr die Kamera auch unten aufs Armaturenbrett kleben, müsst dann aber in der App einstellen, dass das Bild gedreht wird. Um das Kabel ordentlich zu verlegen, kann man das mitgelieferte Werkzeug verwenden und das Kabel einfach unter den Himmel schieben. Das klappt bis fast runter zum Armaturenbrett problemlos. Mit dem Werkzeug kann man das Kabel in die Spalte schieben oder auch die Spalte ein wenig erweitern, um überhaupt erstmal reinzukommen. Und wenn man sich etwas mehr Mühe gibt, als ich das jetzt tue, dann kriegt man es auch bis ganz runter und kann es fast komplett verstecken. Am Ende müsst ihr aber schauen, wie es bei euch im Auto am besten geht. Normalerweise ist aber bei jedem Auto an der Seite so ein kleiner Spalt, wo man das Kabel verstecken kann. Außen an der Tür kann man es zwischen Verkleidung und Tür reinquetschen, sodass es auch verschwindet. Beim Handschuhfach müsst ihr mal schauen, wie ihr das am besten löst. Entweder macht ihr es außenrum oder ihr legt es durchs Handschuhfach durch. Bei mir ist da so eine kleine Rille, wo ich das Kabel perfekt verstecken kann. Und das war es eigentlich auch schon. Zigarettenanzünder, nein, 12-Volt-Stecker in die Steckdose rein, Kabel anschließen, man hat sogar noch Platz fürs Handyladekabel und schon kann man die Kamera einschalten. Und ihr seht, sehr viel vom Kabel bleibt dann nicht mehr sichtbar. Das Kabel da kann man noch deutlich besser verstecken, da ich die Kamera aber wieder ausbauen werde, hatte ich da jetzt keine Lust zu. Ach ja, falls ihr bisher die Speicherkarte noch nicht eingebaut habt, da in den Schlitz muss sie rein. Das kann man auch bequem auf dem Schoß machen, weil wenn man das nicht ordentlich reindrückt, dann schnipst einem die Karte quer durchs Auto. Hier nun noch ein paar Bilder aus der Kamera zum Anschauen, was für eine Qualität sie denn abliefert. Hier mit aktiviertem HDR bei schönstem Wetter. Je mehr Licht so eine Kamera hat, desto besser sind natürlich auch die Aufnahmen, das ist klar. Aber auch zu viel Licht ist nicht immer gut. Gerade Gegenlicht, wie hier Sonne von vorne, sorgt bei vielen Kameras oft für Probleme. Aber ich kann mich nicht beschweren, die Vs1 hat auch Gegenlicht recht gut gemeistert. Spannend wird es aber immer dann, wenn man ein Nummernschild entziffern möchte. Aber schaut selbst, man kann es prima lesen. Und tagsüber sollte man das eigentlich bei jeder Dashcam erwarten können. Und werden wir hier so ein bisschen durch die Landschaft fahren, nun die Frage, warum brauche ich überhaupt eine Dashcam im Auto? Die Frage ist recht einfach beantwortet. Zum einen könnt ihr mir natürlich eure Videos schicken und zum anderen habt ihr im Falle eines Unfalles immer einen Beweis, was tatsächlich passiert ist. Ich persönlich habe mir eine Dashcam zugelegt, nachdem mir zweimal kurz hintereinander beim Parken jemand mein Auto ramponiert hat. Man kommt ahnungslos zum Auto zurück und das Auto hat eine riesen Schramme drin. Waren mehrere tausend Euro Schaden, Polizei hat natürlich Ermittlungen irgendwann eingestellt, weil sie den Typen nie erwischt haben und ich stand da mit meinem Schaden. Und ein zweites Mal hat mir irgendwer was in die Windschutzscheibe geschmissen und auch auf diesem Schaden bin ich sitzen geblieben. Allein die Selbstbeteiligung war immer höher als der Preis für eine Dashcam. Und irgendwann war es mir zu doof, also habe ich mir eine Dashcam geholt. Als Stromversorgung habe ich persönlich mich für eine Powerbank entschieden, das war für mich einfacher als jetzt mit dem Hardwire-Cat rumzutun. Das Ding liegt im Auto, wird während des Fahrens geladen und wenn ich dann parken möchte, schließe ich sie an und habe meine Parkraumüberwachung. Am Ende müsst ihr selbst entscheiden, ob es euch das wert ist oder nicht. Oh, aber mal zurück zu den Bildern der Kamera. Die Nachtaufnahmen fand ich besonders interessant. Ich dachte ja immer, meine Kamera würde ganz gute Bilder machen, aber wenn ich das jetzt mit dem HDR sehe, dann stelle ich fest, dass ich meine Kamera eigentlich in die Tonne klopfen kann. Da erkennt man ja überhaupt nichts und auf der VS1 schaut mal, sogar das Nummernschild wäre lesbar gewesen. Die Bilder kann man fast nicht mehr miteinander vergleichen, auf der linken Seite von meiner alten Kamera ist nur ein Pixelbrei und auf der rechten Seite wirklich gestochen scharfe Aufnahmen. Nochmal das Ganze in der Dämmerung, es war noch nicht ganz dunkel, aber es war auch nicht mehr taghell. Und auch bei den Bewegungen hier sieht man deutliche Unterschiede zwischen den Aufnahmen mit und ohne HDR. Und mit Sicherheit spielt auch der neue Sensor eine Rolle. Was auch immer sie technisch gespielt haben, die Bilder sind richtig gut und auch die Nummernschilder lassen sich normalerweise recht gut erkennen. Die technischen Daten nochmal im Schnelldurchlauf. 2K maximale Auflösung, der neue Starvis 2 Sensor wurde verbaut und die Kamera besitzt HDR. Intelligente Sprachsteuerung, das heißt ihr könnt mit ihr sprechen, 140 Grad Sichtfeld und WLAN mit 2,4 und 5 Gigahertz. Der G-Sensor für die automatische Unfallaufnahme und Bewegungserkennung ist drin, Parkmodus gibt es natürlich und ein GPS-Modul ist auch mit dabei. Und nun ein kurzes Fazit. Zur Bildqualität muss man nicht mehr viel sagen. Die VS1 macht auf jeden Fall deutlich bessere Bilder als meine alte A139. Die Kamera ist super klein, besitzt allerdings nur eine Frontkamera. Wer eine Heckkamera möchte oder eine Innenkamera, der muss ein anderes Modell wählen. Auch die Ausstattung kann sich sehen lassen mit eingebautem GPS-Modul und Sprachsteuerung. Das HDR hat mich ziemlich beeindruckt, sogar im Dunkeln kann man das Nummernschild erkennen, auf meiner alten Kamera kann ich das vergessen. Ein Bildschirm hat die Kamera logischerweise auch nicht, zum Ausrichten muss man die App benutzen. Nichtsdestotrotz finde ich die Kamera als Einsteigermodell super geeignet. Sie ist klein, schnell montiert und hat alles, was man braucht. Falls ihr die Kamera kaufen wollt, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, da kriegt ihr noch ein paar Prozent Rabatt drauf. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi!